Just Cause 1 Hey! Lassen Sie mich in Ruhe, Senor! Schauen wir mal. Haben Sie Ihre Waffen dabei? Gut. Karamikas will, dass Sie ein paar Vorräte abholen. Okay. Auf Ihrem PDA finden Sie alles Weitere. Sagt mir jetzt nichts. Finden Sie einen Sportwagen. Nee, das kenne ich nicht. Ich möchte, dass Sie mir diesen schicken mit teurer Elektronik vollgestopften Sportwagen besauen. Finden Sie den Sportwagen. Oh cool. Das ist quasi, naja. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, ich bin Fluss rüber, aber das ist ja immer so. Da wir ja auf einer Art Insel sind. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Handy noch da ist, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal probieren, ob das klappt. Mit dem Abwerfen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das haben wir nämlich noch nicht ausprobiert. Und das will... Was? Was? Also gut. Dann nehmen wir halt diesen Panzer da. Ich wollte sagen, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber dann halt nicht. Ich nehme jetzt mal den Panzer. Es ist ja nicht weit. Was? Die Zielperson? What the... Fuh, 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 fuh. Was denn für eine Zielperson? Hallo? Ich bin nicht mehr in der Nähe von dem Ding. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich dann schneide ich hier hinfahre. Die Zielperson. Alles klar. Zielperson. Du mich auch. Soll ich das jetzt auf die Schnelle machen? Das schaffe ich ja nie. Mal schnell mal gucken, was da der kürzeste Weg ist. Ja, toll. Bis ich da in der Kreuzung fahren bin, um dann rechts zu fahren. Allerlie. Was soll denn das gehen? Die Zielpersonen kommen. Ja, Dankeschön. Ich glaube, der nie. Ich werde ja gut los. Ich gucke mal, ob mein Heli noch da ist. Ich glaube es aber nicht. Ich fahre dann halt gleich rechts, aber ich glaube, da hinten müsste mein Heli stehen, aber der ist jetzt auch weg. Ja, war ja klar. Immer. Ja, jetzt fahre ich halt mal hier entlang. Vielleicht kann ich ihn ja doch noch einholen. Die fährt sich ja eigentlich ganz geil, die Karre. Aber ja, das ist halt... Ich muss hier einmal ums Karre. Dauert viel zu lange. Ihr sprecht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Oh, jetzt habe ich auf die Minimap geschaut. Ah! Jetzt geht's vollends schief! Alles klar. Entschuldigung. Tut mir leid. Zielpersonen kommt. Ich hätte den Heli grabben sollen oder sowas. Das muss ich irgendwann abkürzen. Ich versuch's mal hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier so... Hallo? Gebirge und alles ist oder ob ich da vielleicht rüberkomme. Da unten ist halt Wasser oder Sand oder was ist das? Aber ich glaube, es ist eh... Hallo? Es ist eh ein Berg in dem Sinn, aber ich versuch's jetzt irgendwie trotzdem mal hier entlang zu fahren. Dass ich wenigstens in seiner Nähe bleib, aber das ist natürlich zu steil. Was wir überraschen. Ach, Mann. Polizei! Fahr mal am Strand entlang, was soll's? Vielleicht klappt's ja doch. Er ist jetzt in meiner Nähe. Zumindest kann ich jetzt die Mission nicht abbrechen. Nein, nicht ins Wasser fahren. Hilfe! Und aussteigen. Ach ja. Hoffentlich guckt keiner zu. Noch eine Minute. Dann bin ich der Depp. Ja, ich weiß. Sie flieht. Ist ja in Ordnung. Wirf mir irgendwas... Wirf mir irgendwas... Ja, genau. Aber schnell. Mach hin. Ich hab noch 50 Sekunden. Los. Mach. Schnell, schnell, schnell. Verzitten. Fünf Jahre später. Morgen noch. Halt, Bürger! Ja, Halt, Bürger. Bam. Was ist das denn für ein Ding? Nein! Nein! Im Ernst, oder? Ja, natürlich. Ist okay. Alles klar. Ist... Ach ja. Willstens habt ihr was zu lachen. Jetzt berührt es das Wasser. Ist es aus Zucker, oder was? Jetzt zeig die doch nochmal. Du hast... Stehen bleiben! Sofort! Voll ist ihr! Ja, oder so. Alles klar. Noch sechs Sekunden. Das war's. Ah, ich hab's versucht. Kann man nicht anders behaupten. Ja, ich folge ja schon. Gib mir mal dein Auto. Komm, ich muss folgen. Achso, da sitzt ja gar keiner mehr drin. Und Gas. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwie, ihn einzuholen. Oh Mann, ist die schnell, die Karre. Super. Aber dass die immer noch nicht abgebrochen ist, die Käse... Käse- Käse-Schose, wollte ich sagen. Ja, schön. Toll. Da vorne ist er. Warum bricht der ab? Ach. Dann halt nicht. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ich fahr mal da hoch. Vielleicht ist da oben so eine Villa, die ich befreien kann oder so. Mann, ey. Ich hab's versucht. Dieser komische Füllfederhalter oder was das war. Der hätte fliegen sollen. Der berührt das Wasser und fängt an zu brennen. Fahr mal mal zum Villa. Was soll's? Naja, ja. Halt, Bürger! Nein, ich halt nicht. Aus dem Weg hier komme ich. Ich hab's eigentlich. Sofort stehen bleiben! Ähm. Restgeber? Hallo? Wo bist du? Ach, da unten. Ähm. Hallo? Hat er. So. Mal gucken, was du mir anzubieten hast. Befreiung. Öh. Also, das sag ich nicht. Nein. Mach mal das halt. Die erkenne ich wenigstens. Die Lillanen sind die Bösen. Ja, die auch wieder nicht. Der da. Der ist böse zum Beispiel. Und der, glaub ich, auch, oder? Stirbt der nicht, weil der so dick ist, oder? Ah, Schlecker! Das ist der einzige Teuer, brav! Mann, ey. Ja, natürlich. Ja, drei Treffer brauchst du da. Ja, das war ein Header. Ist okay. Ich glaub, mit meiner Rifle komme ich da nicht weg. Aber ich will die nicht ablegen. Ungekommen. Alles klar. Ach ja. Freunde, ich mach das nicht absichtlich. Nicht, dass jetzt einer denkt, der trollt doch hier nur. Nee. Ehrlich nicht. Ich mach das nicht absichtlich. Wo bin ich denn jetzt gelassen? Ach so, auf Flughafen. Okay. Das ist mal was anderes. Ähm. Ja, nun. Wir machen uns das mal full hier. Full, full. Brauchen wir eine Panzerfaust? Ist das überhaupt eine? Ich glaub schon, oder? Halt irgendwie eine andere dieses Mal, aber egal. Ja gut, dann hat er vielleicht noch. Gucken wir mal, ob der noch eine Quest für uns hat, wollte ich sagen. Ähm. Ich nehm mir mal das Auto, was da hinten steht. Ich weiß nicht, ob das immer da ist. Ich würde aber sagen, ja. 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 Warum steige ich jetzt da? Mann. Wäääh. Willkommen, mein Freund. Geh halt weg. Geh halt weg. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Bist du wie doof oder sowas? Meine Fresse. Ja, ja. Sehr gut. Ähm. Wo ist denn hier der Eingang? Ist das eine Mauer, denke ich? Hm. Jetzt konnte ich mich grad nicht entscheiden, ob links oder rechts am Baum vorbei. Kennt ihr sowas? In der Feste mitten rauf. Ist das eigentlich unser Auto? Es ist auf jeden Fall kein Zeichen des Mendozas drauf. Die ganzen Flaggen sind hier auch sogar besser als bei Gothic 3. Bei Gothic 3, das war immer so, kennt ihr das? Wenn man dann die Städte von den Orks befreit hat, haben sie diese Menschen, die da als Flagge dienten, nie abgehängt. Und die Flaggen aufgehängt oder sowas. Fand ich immer doof. Und hier sind wenigstens die richtigen Flaggen dann dran. Ich hab Vorfahrt. Weg da. Kann ich auch diesen Airbus da nehmen. Jetzt machen wir einfach noch eine Quest. Das wollte ich ja vorhin schon. Bevor er mir da in die Suppe gespuckt hat. So. So parkt man. Hallo. Hallo. Kennen wir schon. Nein. Kann ich mal schon. Nein. Nein. Amigo, es gibt ja jemanden, der im Namen der Revolution sterben muss. Wollen Sie einen Beitrag zur Befreiung unseres Volkes leisten? Sie finden alle wichtigen Informationen auf Ihrem PDA. Kann ich nur nicht. Finden Sie den Helikopter schon wieder? Was haben die denn mit Ihren Helikopters? Helikopters vor allem auch. Ein Helikopterpilot, der einmal für uns gearbeitet hat, sammelt mit seinem Hubschrauber neuerdings für unsere Unterdrücker Informationen. Wir möchten, dass Sie diesen Verräter vom Himmel holen. Klingt spannend. Wo ist denn der ungefähr? Okay, auf der anderen Seite. Fährt der jetzt auch davon? Oder? Kann ich mir jetzt eigentlich vielleicht jetzt inzwischen? Nein. Na gut. Dann halt nicht. Gehen wir da mal hin. Da müssen wir halt erschüttert zum Ausgang. Wirklich. Also, die fahren sich echt wie auf Eis. Sofort stehen bleiben. Ja, hier vorne links, dann sind wir auch schon da. Jetzt hat er ja einen Heli. Kann man den auch gleich klauen? Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Warum denn so übertrieben? Ist der da unten am Strand? Das sieht fast so aus, oder? Komisch. Kasten uns mal ran, hätte ich gesagt. Hm. Der ist tatsächlich, glaube ich, unten irgendwo. Wollen Sie den... Oh. Ah, 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 ah. Okay, mal aussteigen. Aber das kriege ich hin, denke ich. Hallo. Nein! Du blödes Sau. Was fällt dir ein, wegzugehen? Halt still. Sofort stehen bleiben. Nein! Hahaha, nein! Das war nicht der Ernst. Lalalalalalalala. Jetzt fahre ich hier mit diesem Rasenmäher, oder was das da ist. Hahaha. Nein, ich will nicht sterben. Lass mich. Ich habe nichts gemacht. Ich bin der Gärtner. Lass mich in Ruhe. Blöde Sau. Habt ihr nichts getan. Glaubst du da nicht eine Taste um zu Gärtnern? Ich weiß gar nicht mehr. Eine rechte Taste? Ne. U-Taste? Oh. Das war die Hüte. Hahaha. Ach ja. Spaßig. Ich glaube, ich hole ziemlich viel raus aus dem Game. Könnte das sein? Für euch. Meine Freunde. Okay, Straßensperre, oder was? Lass mich bloß in Ruhe da vorne. Ja, geh halt weg. Scheinen Sie zu sehen. Was ist eigentlich das Schwarze da hinten, wenn ich mal kurz kurz gucken darf? Ah. Wenn ich das mal gewusst hätte. Ah. Ja, ich sollte öfters auf diese schwarzen Dots echt mal achten. Jetzt fahre ich tatsächlich mit diesem Dingsbums hier. Oh mein Gott. Da muss ich auch noch aufpassen, dass ich kein Blatt fahre. Hallo, hab's geschafft. Na also. Jetzt würde ich aber den ganzen Quatsch gerne mal speichern, weil... Egal, ob gefailt oder nicht gefailt. Wir haben in der Folge und auch in der letzten Folge echt viel gemacht. Und, ähm... Jetzt möchte ich mal gerne gucken, welche ist denn die Geschichte, die... ...wer den Heli gebracht hat? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Wie haben wir gesagt? So zwischen... So auf der rechten Seite. Wie haben wir doch gesagt, gell? Ja genau. Also da war die Insel und rechts davon. Also ich glaube, das da... Das, was jetzt in der Mitte ist. Das müsste eigentlich der Port sein. Ja, mit dem Heli. Ja, bei der Köring nicht möglich. Äh... Warum? Da pflege ich halt selber hin. Da kenne ich nichts. Neuer Tag, neuer Dollar. Was, Herr? Nehme ich mal einen Rasenmäher und fahre damit hin? Ne. Ich nehme einfach den Heli da drüben, hätte ich gesagt. Wo die ich halt von jetzt auch von alleine hin. Weil mal so abspeichern wäre mal eine Maßnahme. Habe ich jetzt seit zwei Folgen nicht mehr. Ach, jetzt ist der Heli weg, oder was? Aha. War der nur für die Mission, oder? Schade. Ich versuche jetzt mal außerhalb des Airports zu fahren. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht evakuieren kann. Ich weiß es ja nicht. Es käme auf einen Versuch an. Es käme auf einen Versuch an. Der einzige Vorteil in dem Ding ist, dass es nicht wirklich schwer zu lenken ist. Kann man nicht mal Melodien hupen? Was ist denn jetzt los? Der Hüpfer. Alles klar. Wie sieht es aus mit evakuieren? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Jetzt geht es. Was hatten wir jetzt gesagt? So rechts neben dieser Insel. Pinselinsel. Ja, das da, oder? Oder war es das drunter? Nee, da war ich ja gerade eben. Ich glaube, das stimmt hier. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich hoffe es. Mal gespannt, ob jetzt der Ding noch da ist, der Heli. Nachdem ich hier so viel gemacht habe. Hallo. 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 Nehmt mich mit, ihr Schweine. Ah, ich sehe schon, da unten steht der. Mein toller Heli. Ja, schönes Ding. Yay, schönes Ding. Ja, war doch gar nicht so übel. Es wird, Freunde, es wird. Genau beim Speicherpunkt. Bam. Machen wir uns noch schnell voll. Ihr sprecht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Ja, war doch okay. Ich würde sagen, so viel für diese Folge. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.